yo was geht ab und herzlich willkommen und schön dass ihr am startzeit für eine weiteren runde ultimatives mega krasses bravery wir sind mittlerweile bronze 54 angelangt nicht mehr bronze 5 wir sind bronze 4 angelangt und wir spielen jasuo wir spielen nicht nur jasuo wir spielen bückstück jasuo bedeutet das hier das heißt wir haben 10, 12, 18 ich habe gerest mitgenommen wir spielen gegen arie ich habe cleanse und ghost und wir gehen zuerst auf die guten magic pan boots so zunächst einmal einige sind aus dem letzten game ja ich habe letztens words gestellt dafür habe ich mich aber falls ihr vielleicht nicht mitbekommen habt mich töten lassen ja also als kleine strafe das letzte ding ist ich habe ich baue die schuhe zuerst aus das ist einfach ich mache das einfach so ja ich baue die straight aus so die ultimativen bravery regeln so wie ich sie damit vielleicht hat hand of blood das nicht gemacht aber so wie ich die ultimate bravery regeln kenne hat man das immer zuerst gemacht und deswegen mache ich das jetzt auch ja wir gucken mal was quasi so geht und bedeutet wir dürfen ja schöne garten bleib zuerst bauen und die guten magic pan britz ich glaube so all in all also der bild ist natürlich schon troll vor allem der der mana starb da der ist ziemlich hart troll leider keine was kann ich mit dem klanz machen mit dem klanz kann ich das ignat weg machen und mit dem klanz kann ich das ignat weg machen und wir haben jetzt auch wir haben auch kein dorans also wir kriegen halt relativ viel schaden ich muss übrigens auch das an ich muss das e-max ich dachte ich muss das q-max okay zapp 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 oi lol okay gutes ignat dafür bräuchte ich nicht mal glänzen eigentlich wäre es jetzt wahrscheinlich schon sinnvoll gewesen dass zu weg zu glänzen weil was soll ich dann okay ich meine ich könnte ein charm glänzen die haben voll das eklige team an sich alter die haben master je darius richtig ekliges team vor allem das war lustig war in der champ select meinte so einer ich meinte so ja der top laner wollte da wollte ja so spiel ich sag nie ich bin nicht ja so du spielst gegen da ist da wirst du gefickt und meinte unserem bot laner nee letztes game hatten wir auch da ist bot lane der ist wahrscheinlich bot lane alles klar alles klar alles klar und alles paletti ich habe jetzt auch direkt hier dass diesen helikopter übrigens gekauft damit ich jetzt keine wort stelle sagt mir nicht du gehst base so was macht man nicht auf die elo what the fuck why why are you going base please no no please wir könnten mal so ein bot lane rom machen wir machen jetzt mal so ein öl wie am ghost leute mit ghost ich glaube ghost spielt man zwar nicht aber ich glaube ghost könnte richtig lustig sein du kommst halt überall hinterher hier morgana help 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 go for it ich habe ghost ich bin bereit und ich habe lust kostet an oh my goodness oh my freaking goodness kommt schon naja ist der ghost gang auf dem der level 4 ghost gang der gg ghost gang so sieht es aus pretty nice i like das kommt dann nochmal wieder so was bauen wir magic pampus wie gesagt eigentlich nähe kriegen wir nicht wie gesagt ich gehe den bild einfach voll durch ich kaufe die schuhe zuerst ob man das macht oder nicht ich mach da so ja gott magic pampus ich finde das ist auch immer das coole das könnte ja sagen ja guck mal ich gehe jetzt direkt aufs gun blade ich finde das ist ja die idee dabei du hast manchmal richtig verdummte schuhe so kaufst du direkt mobility boots oder kaufst du direkt cdr boots oder mit ninja tabis gegen so ein ad er gegen einen appeler oder sowas ich finde das macht das ganze noch lustiger als wenn du direkt sagt okay ich scheiße die schuhe weil die magic pampus bringen jetzt gar nichts und ich kaufe mir dann direkt ad vom gun blade hey dann würde ich ja das bauen was mir viel bringt so ne das finde ich ist nichts hin und zweck der sagt wir müssen dass wir hier so ein bisschen gegen pushen ich muss mal gucken hat ja so was was auf api skaliert so ein bisschen ap kaufen wir hier in dem item bild e sogar nice aber nur das e muss man mal gucken wie viel das skaliert tatsächlich feuerbein ist jahrhundert schlag ist mal alles hat hat saki hassa hat sasa von das geile ein ghost ist der hat einfach so wenig cool und der scheiß goes das ist halt richtig crazy leute goes hat so verdummt wenig cool das ist richtig crazy hassa hat so könnten wir gucken ob wir noch ein gg ausgang potlern machen wir haben leider noch kein ghost deswegen klappt das leute bist du denn du bist 0 3 aber ich bin hat nur magic things boots aber erst level 3 halt so freit mich kämpft mich jetzt er kämpft mich sogar okay jetzt gehen wir aus meiner mitte raus hier du nervst verpiss dich geh weg du nervst da kommen wir mal wir haben den gg ausgang gleich ready also da ist aber ich sterbe dabei ich bin ja so man ich sterbe dabei und die hat auch nicht mehr so viel aber ich komme nicht ran so richtig muss okay ich bin gleich 6 dann geht da vielleicht was wir sind gleich 6 wir haben uns ein pot gleich rein oder geht sie schon wieder bei sagt mir nicht du geht es nicht so bin jetzt gleich allerdings wir haben den pot rein und auf geht's und kommen ein bisschen auf geht's auf geht's auf geht's aber dieses gefühl sie ist direkt geflasht ok ja dann gehen wir direkt noch mal rein ghost ich brauche kein ghost ich bräuchte aber so dass ich nicht direkt auf habe ab 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 so macht es machts Okay, der ist hier, obwohl der sieht mich, wenn er da langläuft Nice So, passt auf Leute, um das Ganze jetzt ein bisschen interessanter zu machen Gehen wir auch direkt Revolver Wir kaufen uns direkt den crazy gegen Revolver Denn Ähm, der gibt, Fragezeichen Fragezeichen, der gibt erstmal AP Ist der AFK? Ne, der gibt erstmal AP Okay, und wir haben diesen On-Hit-Effekt Wir machen jedes Mal 67 Ne, 97 und 24 AP Wie viel Scaling ist das? Keine Ahnung, so 70% Irgendwie sowas Ist also okay Und wir haben jetzt den Revolver Alternativ hätte ich AD kaufen können, was auch nicht bad wäre Wäre wahrscheinlich klüger gewesen, aber klug sind wir ja nicht So, und auf geht's Auf geht's, ab geht's Drei Tage wach M-m-m FAP ZAP ZAP Die ist auf jeden Fall greedy Wir holen uns zwei Steaks Die kriegen wir jetzt Ja, komm her Ja, komm Ja, komm her Ja, komm her FAP FAP PRA 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 Ich glaube, auf der Elo gibt's nichts Schlimmeres, als gegen einen Yasuo zu spielen M-m Ich glaube, das ist so das absolute Ich glaube, also gegen Ich will mich jetzt nicht als guten Yasuo bezeichnen Nein Ich bin auch kein guter Yasuo Aber Ich glaube, das Schlimmste, so generell ist es Wenn du Also wenn du gegen einen Scheiß Yasuo auf der Lane spielst Dann ist es halt super easy Aber wenn du gegen einen guten Yasuo spielst Das ist richtig RIP Schaffen wir den Wir haben Pott Wir haben Revolver Hey Hey Wuuu Loll out up Wuuu Oh nein, cleanse FAP Oh was, hier sind noch mehr Gegner Stop, okay Das waren zu viele Gegner Und wir hatten kein Ghost Ready Das war, das war unlucky Schade Ich hatte eigentlich vor, hier die ganze Zeit Zwischen den Büschen zu springen Aber irgendwie war die Reaction doch nicht so So, wir gönnen uns ein bisschen Livestream Und wieder ein paar Pottes Ich hau die Pottes hier so durch die Gegend Mist, jetzt sind wir aber gestorben Mann Und die schreiben mir irgendwie so No problem in my job Your bot lane was away Das LOL Was macht die Top Lane so? Der Aros wird halt sau eklig für mich werden Spirit Visage Gehen wir danach Hm Ich glaub Gunblade könnte wirklich lustig sein Aber Spirit Visage Hm Hm Aber ich find Ghost ist echt cool, glaub ich Ghost ist echt geil, Leute Holy shit Hm, hm, hm Bald werden so alle Ghosts ja so spielen Ich sag's euch, Leute Vielleicht spielt man das ja irgendwo schon Bot Lane ist die Ultra Action Wir pushen einmal durch Holen uns ein bisschen Farm Und dann, wir brauchen nämlich schon Items Zum Abiddle Zum Beispiel Ich mach halt keinen Schaden mit meinen Attacken Das ist das Problem Also nur mit meinem E Nur mit meinem E mach ich Damage Damit sogar noch ganz guten So, jetzt gehen wir Wir könnten auch mal gucken Ob wir uns ein First Tower Blatt holen Das gibt ordentlich Geld Hm, hm, zack 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 Ich mach halt keinen Schaden Mit dieser AP Scheiß hier Mann Na, 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 na Zack Bataillon Bata, bata, bata Holen wir uns in den Turm Oder gehen wir Rome Hm Ich glaub wir gehen mal eben Hm Nein, die sind aber voll Oben Auch voll Alle voll Das ist doch scheiße Das ist doch kacke Hm, hm, hm Hm, hm, hm Bataillon Bataillon Bap Bap Alter, das macht richtig viel Schaden Mit dem Gunblade Holy shit Oh nein, verfehlt Wirklich Lass mich hier raus Ich bin ein Star Oh, goddammit Die hat mich einfach irritiert Oh, ja, sie ist auch tot Oder Oh, lauf doch Oh, lol Warum läufst du denn nicht Oh, god Okay, da Ah, ich hab den scheiß Sturm verfehlt Ich wollte, das Problem ist Ich wollte ihn erst direkt machen Aber ich glaub damit Einfach, keine Ahnung Ich war einfach bad So Ja, wir haben uns fehlt leider immer noch Geld Wir brauchen, glaub ich, mehr Pots Fünf Stück haben wir jetzt Fünf HP Pots Oh, lol, er blutet Oh, lol Gutes Q Äh, ult Oh, er stimmt auch noch Mein Gott Das ist hier aber auch wieder ein Gemetzel Jetzt hab ich aber Ghost, Leute Jetzt hab ich die Schnauze voll Wir haben jetzt Ghost Und wir machen jetzt den GG Ghost Gang Ja Ja Not bad Auf jeden Fall Ich bin noch am Weg Ich bin noch am Weg Scheiß auf Farm So macht man das auf der Elo Scheiß auf Farm Oh, warte doch noch Ich bin gleich da Nicht Nein Nein Oh Ja, und jetzt Oh nein Ihr seid so kacke Mann Dann holen wir uns das Miststück hier Holy fuck Die ist so blacklistet jetzt Das coole ist Ich baut Amor Und ich geh auf App Und Magic Pen Das ist das lustige Die holen wir uns jetzt Die machen wir jetzt frisch Oder den Turm Eins von beiden Beides Beides Scheiß auf Tower Hits Scheiß auf Tower Hits Oha Oha Ich krieg keinen Tower So dafür haben wir die Pots, Leute Oh Leute, die machen da unten Action Was ist der los? Ich komme Oh man Aber ich save mir hier Den schnell den Fire Drake Pots sind drin Oh Leute, schaffen wir das schnell hier Bitte Do it Do it Oh nice Oh jetzt wollen wir uns den Typen hier Oh scheiß Jetzt wird es eng Fuck Noooin Oh Ich hätte den Gauss früher aktivieren müssen vielleicht Aber wir haben jetzt endlich das Gaussblade Das Gaussblade Das Gunblade haben wir jetzt endlich fertig Jetzt können wir die Gegner abschießen Das geht mit AP Das passt doch perfekt, Leute Wir sind AP Ja, so viel AP haben wir Ja doch Wir brauchen den Trainstab Damit wir richtig viel Damage hier drauf kriegen Und wir haben Magic Pen Boots Das heißt, das Ding macht sogar Damage Heilt uns sogar Das ist geil Heilt uns für den Schaden, den wir machen Das ist mega cool Das ist ultra gut Und gibt uns Attack Damage Ich glaube, wir brauchen nochmal mehr AP Pots Ähm, ja Auf geht's Ab geht's Reingeht's Diese Ari, die wird aber langsam richtig fett Und der Typ, die werden auch Das wird schon noch eklig werden hier in dem Game noch Das wird schon noch eklig Das Ding ist, ich bin jetzt so oft useless gestorben Hm Ah Gunblade Fake der Wind Nice Ich hab das jetzt extra hier an den Dinger noch hochgestackt Deswegen bin ich da noch durchgegangen So, und jetzt holen wir uns das Tower Gold Wir müssen nämlich jetzt schnell Spirit Visage Hm Wobei, das ist ein cooler Das ist, glaube ich Das ist der Item-Bild, Leute Das Synergiert sogar richtig gut Mit dem Gunblade können wir uns heilen Und wenn wir Also wir heilen uns mit dem Gunblade, ja Wir heilen uns für allen Schaden, den wir machen Und mit Spirit Visage heilen wir uns noch krasser Das ist die Synergie, Leute Ich sag's euch Das ist Synergie Top-Land ist Action Kriegen wir dann noch was? Ich lauf mal durch Wir pushen eine Wave und dann gehen wir mal durch den Jungle oder so Mann, ich kann noch nicht farmen Ist das Problem So, jetzt gehen wir Den Typen da holen Schaffen wir das? Schaffen wir Wir brauchen noch ein bisschen Ich bin on the way Die Frage ist, wo läuft der lang Er läuft schon hier, das heißt, er wird hier reinlaufen Das Problem ist, ich kann nirgendwo dran stacken Wir predicten einfach, dass er gleich in den Jungle kommt oder so Sind hier Viecher? Ja, ja Eins Zwei Komm her Wasser Schie Papp, 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 papp Gunblade Audit Papp, papp Ähm, ja Moin Und jetzt holen wir uns den Tour mit direkt Ich bin nämlich der Tour Moneymaker gerade Wasser Schie Papp Solo Wuhu Wuhu So, wie viel kostet Spirit Visage? Ist doch gar nicht so teuer, oder? 2,8 Das sparen wir uns komplett zusammen, Leute Das holen wir uns direkt zusammen 2,8 Ist Red Buff vielleicht da? Könnte sogar sein Nö Aber Vögel Und Midwave Midwave Zap Kapschorn Kapschorn Ja Stirb So Noch einmal Midwave mitnehmen und dann passt das Sound schon Dann passt das Kann ich irgendwas mit meinen Clans eigentlich machen? Komme ich damit aus Bart raus? Wahrscheinlich nicht Also aus der Bart Ult komme ich nicht raus Aus Ich könnte vielleicht die Blutung weg machen Nimm das Blutung weg Summoner All Disabled Und Summoners Also ich kann eigentlich gar nichts so richtig Also das Charm und Ignite Aber sonst Sowas geht als nächstes Titanic Hydro Titanic Hydro Ähm Also eigentlich kann ich nicht wirklich viel weg machen Aber wir haben Ghost Ich hab Bock und wir gehen Botland Ghost, Bock und Botland GBB Bin auf dem Weg Bitte nicht sterben Oder von mir aus stirb Oh jetzt wird's lange Okay bitte stirb nicht Ich brauch dich Ich bin da Go Ich kann nicht mehr ping Mehr ping geht nicht Wir gehen von der Seite rein Ich bin der der von der Seite reingeht Go Go jetzt Go Ghost ist An Okay das war so ein bisschen Nein Ich kann kein Glänz drücken Auf jeden Fall Mein Ghost Dich schieße ich ab Ne brauche ich gar nicht Da Zap 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 Und Erschießung Pfff Was hast du dir so gedacht Hast du dir so gedacht Dacht Das ist ja so Das ist ja so Ich glaub ich krieg jetzt nicht mal mehr Schaden mit dem Item Build Alter Das ist richtig strong Ping mich nicht Oh moin Keule Keule Oh lol Kommt sogar her Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet Oh lol wo ist er Da ist er Moin Da ist ein Red Buff Äh ein Dragon Blue Buff Was ist das für ein Dragon Earth Earth Drake Ich gehe mit meiner Laterne Ich bin on the way Ich bin on the way Paar Paypal ist drin Fap Fap Fuck was Ich hab Ich dachte ich mach das mit meinem Drehen Das hat gar nicht geklappt Aber ich bin tanky Leute Holy shit Ich bin nicht tanky Ich kann hier mal Oh ich bin nicht mehr tanky Jetzt bin ich irgendwie nicht mehr tanky Oh sie ist gestorben Am Gift Und Fucking shit Lol Hey irgendwie Man Irgendwie sind meine Storms Die sind gerade crazy Bullshit gewesen Die sind aber richtiger crazy Bullshit gewesen Holy shit Warum Gehen wir Ja wir gehen erst das Ding Mann das war richtig crazy Wir brauchen wieder HP Ports Leute Wir brauchen HP Ports Jetzt haben wir halt zwei Actives Das ist ein bisschen gay Wir machen das so Denke ich Ja Ja Kacke Irgendwie war das Mann ich wollte die die ganze Zeit Da wo die schön zusammen standen Wollte ich die schön stürmen Aber Ich hätte auch mal Cleans Irgendwie für irgendwas aktivieren sollen Keine Ahnung Habe ich irgendwas abbekommen Ich habe einfach 700 Schadenbombtum bekommen Fast 700 Das hat einzige Das ist auch das Goddamit Goddamit Da ich bin am Weg Ich bin am Weg Ich bin Bückstück Ja so Wer hat meinen Mountain Drag geklaut Wer Wer Du Der YI könnte echt nur eklig werden Der hat 9-7 Ich habe Ghost Und Bock Ghost und Bock Ghost ist an Bock ist dabei Ich werde ihn erschießen Und Fuck Komm her Komm her Boy Hm Jetzt kommt Oh Mann Noch einen Meter Alter Okay da konnte ich nichts machen Das war zu deep Das war too deep Das war einfach bad und deep Deep und bad könnte man auch sagen Das war einfach kacke war das Das war einfach richtig richtig kacke Und jetzt kriegen wir Oh oh Hier ist aber auch das Gemetzel des Jahrhunderts wieder Das war einfach bad gemacht Da war es viel zu deep Und Da riss es halt der Hardcounter von mir Wenn der an mir dran ist Dann killt der mich einfach Der macht mich einfach GG Der macht mich einfach GG Aber ich habe relativ lange überlebt Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr AP Wie viel kostet das scheiß Ding 1100 Danach kommt das gute Der gute Manausstab Der gute Manausstab Träne Habe ich irgendwas Was ich von Träne profitiere Irgendwas Kann ich Was passiert Wenn ich das Ding vollgestackt habe Kann ich gar nicht vollstacken Wahrscheinlich oder Kann ich das Ding upgraden Irgendwie Ne Weil ich kriege ja kein Mana Weil sonst könnte ich mich irgendwie schilden Für Nichts Ja warum auch nicht Jau 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 Ja wir wollen uns erstmal Redbuff Das ist was ich brauche Ja du nimmst sie mir Please 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 I need You op You op Yeah Me op So wir geben Gas Diesmal geben wir Gas You op ich will die fragezeichen ja ja schon ja schon er traut der traut schlag nein ich schon wieder der mann der scheiß der rin ist wieder da das geht mir auf den keks hallo stopp stopp glänz nein jetzt habe ich ein problem oh der läuft weg pot ist drin hp pot ist drin bitte lauf bitte lauf jetzt schnell um die ecke pass auf jetzt oh das hat nicht geklappt ok hätte vielleicht ich glaube er hätte näher an der wand stehen müssen und dann hätte das vielleicht geklappt also hier kommt man durch aber er hätte aber ich hätte da ihn jetzt auch nicht anders pullen können oder so ich habe einfach zu wenig hp pot glaube ich scheiße mann ich glaube wir mussten mal team fallen sonst wird das hier echt noch eklig werden der jazur wird äh jazur wird nämlich echt noch eklig werden hier der schnitzelt niederle ist halt die wird auch geschnitzelt die wird richtig umgeschnitzelt rubberdons first ist glaube ich auch nicht die beste idee auf niederlea das bist du als squishy ist fakt ich glaube man geht so rylas und so andere so rylas und rot roten das wird auf jeden fall noch sehr 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 eklig werden hier wir müssen jetzt gas gehen wir müssen wir müssen jetzt gucken was machen wir erst um euch geld tausend und ich glaube wir holen uns erst die titanigkeit oder wobei wir haben ghost und bock das heißt wir gehen bot ich bin auf dem weg twitch ist auch da dragon haben die ein wir ein ok es ist wieder anessens und fernl ich habe zwar nicht so viel vom im fernl aber ein bisschen vor allem ja gut ich gehe ja noch ap starb ein bisschen ja ich bin auf dem weg bin auf dem weg ich habe halt ich habe halt null ad in den ruhen habe ich übrigens maximal text mitgenommen also nicht ganz gelb gelb arm gelb papier scaling blau magie resistenz und der rest alles attack speed da wo sind die gegner da ist jemand hallo friedolin mann alle stopp niggis 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 was ich muss das deutschen ok passt ja ich muss ich hätte den ghost nicht aktivieren muss aber ich dachte ich muss ein bisschen deutsch und weil er mich sonst laut neue loben sie mir jetzt dante axt verdammte axt oder das ari ari bari ari bari war man diese kacktower aggro online da oben ist darius da will ich gar nicht hin und leute tauer macht ja gar keinen schaden ich könnte auch einfach den talker problem aber now tower now fun kanone das ist halt voll gut zum exekuten wenn man den einfach oh bitte nein kriegt den tower noch kaputt ich werde eh sterben ich werde auf jeden fall sterben ok aber den tor habe ich bekommen so wir können jetzt titanic hydra gehen und was kommt als nächstes träne wenn ich jetzt die träne baue es ist einfach alles grau bei der träne einfach alles dann kaufen wir uns die ap der gg viel kostet der scheiß 1,8 1,8 dann ist hier beim ja ist grau ich krieg null ap dadurch ich krieg einfach nur einfach nur das item hat einfach nur 80 ap das ist alles einfach nur 80 ap ja geil ja geil aber ich habe jetzt titanic ich glaube die ist gar nicht so bad die titanic ist gar nicht so bad die kann ich nämlich jetzt zusammen mit meinem q benutzen das ist cool ich kann das mit meinem q prong was kommt danach sterak sterak ist okay also das gunblade ist halt echt cool ne also vor allem habe ich jetzt noch mal mehr damage auf den gunblade plus 45 und mein erd plus 91 ja go go wir holen uns red buff kommt gleich infernal Leute ich brauche infernal ich brauche den infernal das ist mein den brauche ich brauche alles an damage was ich kriegen kann wir holen uns aber erst den typen hier mit gunblade und so ich glaube den krieg ich easy go 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 ich brauche noch ein scheiße das kann ich so nicht bringen feuer tut titanic hydra hat ich bin so ned scheiße auch so jetzt geht schon die nächste action ich will aber eigentlich den ela haben und ich habe keine... ... ich hab keine ultimi mehr guten tag ich nette meine titanic hydra geben Ich muss den da Fokus, ich brauche wichtigeren Fokus hier Oh moin Und Titanic Hydra mit rein Und ich muss raus Ich muss raus, wieso kann ich mich nicht Jetzt geht's Und Ghost Und Gunblade Und Q Und E Und Hallo Ari Hallo Ari Moin Oh lol Mann So eine Kacke aber auch Aber ich glaube der Bild ist halt Deswegen ist auch Tank ja so, so strong Ich meine das ist ja ein anderer Bild Als wenn ihn eigentlich geht Eigentlich geht man ja mit Frozen Mallet und so Aber deswegen ist Tank ja so, so strong Ich will mir jetzt erstmal ein Red Buff Den Dragon Buff Wo ich mir jetzt erstmal Help Dragon So Haben wir jetzt schon Träne fertig? Geil alter Richtig geil Richtig geil Das ist halt das was die jetzt so stark macht Also Tank ja so Du gehst einfach rein Und ich bin halt so Tank Der Tower macht keinen Schaden Und alle machen relativ wenig Schaden Und ich hab die ganze Zeit meine Spells ready Ja guck mal Ich hab 191 151 Wie viel ich so kriege Also alles nehme ich gerne an Von daher ist das alles gut Auch wenn es nur 3 zum Beispiel wären Aber ein bisschen mehr 191 151 Go 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 Gib mir Gib 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 Ja 191 Also hier Ja sind schon ein bisschen 14 AD Und 11 AP Das ist okay Vor allem haben wir jetzt unseren Tränenstab fertig Leute Jetzt geht's ab Und jetzt kommt noch Sterrex bei 0 plus Plus 0 Ability Power Und einfach 0 Kann ich das irgendwie stacken das Mana Wenn ich jetzt zauber Müsst ja eigentlich gehen oder So Bonus Mana mäßig oder Wahrscheinlich nicht Ich zauber jetzt Acht Bonus Mana Doch Leute Ich kann das Ding stacken Ja geil Ich kann das Teil stacken Juuu Geil Alter Dann kann ich mich nachher schilden vielleicht Ich brauch mehr AP Los ich muss ganz viel zaubern Geil Das stackt sich das Ding Coole Meile Wuuu Plus 32 Holy shit Aber das krieg ich in diesem Game Nicht mehr gestackt glaube ich Hätte ich erst rein gehen müssen Hätte mir vielleicht ein bisschen mehr geholfen Aber ich kann zumindest die ganze Zeit Das Q man Das ist nämlich gut zum stacken Vor allem krieg ich mehr AP dadurch oder Obwohl krieg ich Ne ich krieg nicht mehr AP dadurch Scheiße Man könnte sagen Durch mehr Bonus Mana krieg ich mehr AP Aber ich krieg einfach 0 Moin Leute Ich bin da Was geht denn so Ganz kleine Frage Ganz kleine Unterbrechung hier Ganz kleine Unterbrechung Du Alter Fettsack Frap 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 Ja komm Schieß auf mich Das ist wie so in so einem Game Wo du so dodgen musst Während du so auf was Darauf zuläufst Passage Ich hab gleich wieder nen Dings Ähm Hm Hm genau Einen Titanic Leute wo fahr ich hier lang Ich bin halt einfach ultra tanky Wir haben nochmal einen HP Pod rein Leute Dafür haben wir die HP Pods Einfach nochmal reinhauen So wie viel Stacks 136 136 Geil Geil Einfach nur geil Immer stacken 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 Das ist halt Kannst halt so unendlich deep gehen Das ist halt echt verrückt Jetzt will das wissen Okay HP Pod ist drin Go Fight mich Fight mich Oh scheiße Ich hab das Q nicht getroffen Aber ich bin tanky Ich muss ein bisschen kiten Okay ich bin tot Okay der ist auf jeden Fall strong Der Typ ist auf jeden Fall strong Der Typ ist strong Der Typ ist strong Aber ich hab auch mein Dings verfehlt Mein Q Also ich brauch schon ein Ultimate gegen ihn So jetzt müssen wir leider mal die HP Pods verkaufen Ich hab glaube ich bestimmt 20 Stück in diesem Game durchgehauen Sterax Sterax So Das kommt noch dahin So wie viel Stacks haben wir denn jetzt Kriegt dein Stacks auch alle paar Sekunden Da steht auch alle zwei Sekunden Ne stopp Hä war das nicht mal so dass man alle paar Sekunden aus dem Stack kriegt Oder ist das Ne ist nur auf der Träne glaube ich ne Auf der Träne ist das Hä haben die das rausgenommen Ach das war auf der alten Träne wahrscheinlich Auf der neuen ist das nicht mehr Verrückt Na gut 208 Also so viel fehlt uns gar nicht mehr Ein Viertel haben wir schon Leute So viel fehlt uns gar nicht Das ging schnell Go Stacken Das ist verdummt So verdummt Wie wert denn hier die Kills Wie viele Kills haben die Leute denn alle hier Ähm Ja Yi hat halt 18 fucking Kills Yi hat halt 18 fucking verkackte Kills So go Leute Da ist Yi schon Der ist da schon am Terrorisieren Am Terrorisieren ist er schon Ich brauche aber noch meine Stacks Fup 300 Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit diese Scheiße stacken Aber ich muss Ich muss Das ist meine Aufgabe Ich komme Ich bin da Ich bin da Ich bin hier Ich hab Bock zu fighten Benutze ich meine Titanic Eigentlich brauche ich die für Yi Wenn er gleich kommt Den schaffe ich auch so Da kommt dann nämlich schon Der Spaß Titanic Alles an Oh lol Der ist ja explodiert Ja lol Ja nice Ja GG Dann holen wir uns jetzt den Typen da oben Alter ich bin aber fast tot Aber ist egal Ich geh deep Ghost is an Auf geht's Ich hab leider keine Windwall Minions wären auch cool Wenn die kommen würden Ich muss mal kurz hier Eine kurze Runde drehen Moment Oh lol Okay da Hab ich mich etwas überschätzt Da hab ich mich etwas überschätzt Ich dachte so Ich bin Aber ich hatte auch nur noch 1000 AP Und ich hab auch keine Armor Da bin ich einfach Ich bin zwar tanky Aber Ja Da hab ich mich doch etwas überschätzt Lol Scheiße Okay 1500 Scheiße Der wurde zerfetzt Der wurde zerfetzt Einfach Der wurde auseinander gefressen Mein mir fehlt aber noch ein bisschen Geld Ich glaub das haben wir jetzt aber auch schon fast Wobei jetzt kommt hier gleich nochmal wieder Gerade haben wir einen ziemlich guten Raum gekriegt Das ist halt Das Ding ist Wenn der einmal angreift Der hat halt so viel Life Wenn du ihn nicht umbürstest Dann macht er alles kaputt Dann macht er alles kaputt Der ist tot Das ist was ich Oh lol Hat der da kein Ultimate Wahrscheinlich nicht mehr Der braucht noch 200 Gold Die muss ich mir meinem gönnen Die muss ich mir meinem gönnen Die 200 Gold Wie spät haben wir das Okay Passt 200 Gold Her mit den 200 Golden Zack Stirb du dreckiger Stein Einen brauchen wir noch Hier Red buffern wir uns 6 Sekunden Perfekt Perfekto Grande Perfekto Grande Oh die machen doch kein Baron Oder machen die Baron Bitte nicht Wir du nimmst mir den Red Den brauche ich Why 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 Warum Warum Wir sind natürlich Mein Red buffek Miststück Richtiges Miststück So wir holen uns jetzt So jetzt sind wir endlich Full build Leute Jetzt werden wir zerstören Okay ganz full build sind wir Noch nicht Wir müssen eigentlich noch Ein Elixier haben Und wir müssen das Ding Hier noch hochgesteckt haben Ein bisschen fehlt uns noch Ich will sehen was passiert Ob ich mich schilden kann Mit dem Ding Ist ja auf jeden Fall lustig zu sehen Ich bin on the way Ich bin auf dem Weg Ich bin auf dem Weg Und ich habe leider nur Kein Ghost ist das Problem Oh je rasiert Leute tötet den je Ihr macht alle gar keinen Schaden Ich mache Ich habe keinen Ghost Aber ich bin sofort da Ich bin da Ich bin da Ich bin da Titanic ist an Alles dran Alles dran Farber Kastellschlag So holen wir uns Mal den Dragon hier Ich lege gerade Nice Loll ist die Sturm Ach er ist verblutet Ja nice Irgendwie lege ich gerade Das ist nicht so geil Bisschen am lecken Ich glaube jetzt bin ich Jetzt bin ich glaube ich Schon ziemlich stark Habe ich meinen Red Buff Irgendwie wieder bekommen Ne schade Mountain Drake Wer will denn Scheiß Mountain Drake Man ich brauche einen Fire Drake Kommt jetzt eigentlich gleich Der Elder Verschwindet der hier gleich Wenn ich den nicht schnell genug schaffe Der kommt doch bei 35 Oder 36 Oder nicht So Dragon haben wir Was wollte ich machen Ach so meinen Dings Meinen Trendstab Wollte ich noch gucken Wie viel habe ich jetzt Wir haben jetzt 616 Wir haben es fast geschafft Leute Wir haben es fast geschafft Wir müssen jetzt Irgendjemanden töten Und das Game mal So ein bisschen beenden Oh lol Oh nice Warum pickt ihr mich Die waren doch kein Barion Erzählt doch nicht Erzählt doch nicht Okay die sind alle Toplane gerade Ich muss mal gucken Wir müssen halt Türme pushen So ein bisschen Wir müssen jetzt gucken Dass wir ein bisschen Gas geben Hier Jetzt sind die halt alle hier Okay die machen Die machen jetzt halt Also die brauchen wahrscheinlich Oh shit Jetzt muss ich Ghoster machen Oh shit Gunblade ist Gunblade ist drauf Cleanse Aber die jagen alle mich Das ist gar nicht Ultra Bad Aber dass er mich Kriegt ist Nicht so geil Lol Er bleibt stehen Und dann auf einmal Okay das war Ja gut Da sind es aber auch alle Für mich gekommen Und die haben Zu zweitem Jahr lang Barion gemacht Ja scheiße Das war nicht so gut Aber ich dachte Das war halt der Todes Hardchase Alter Holy shit man So lange müssen wir halt gucken Dass wir das Ding Kiste machen Guys All mid after I am alive All mid please So die Frage ist jetzt Ich mich stelle Kaufen wir Erstmal kaufen wir Diesen komischen Alligator Hier Die Frage ist Kaufen wir ein Pot Für 30 AD Was cool ist Und blutlos Wir machen Vom physischen Schaden Den wir machen Kriegen wir 15% Gehield Das ist cool Oder werden wir einfach Mega fett Mega fett Wäre auch echt cool 300 AP 25 Tenacity Und größer Ich meine Größer Ich will einfach nur groß sein Wäre schon cool Wir gucken mal Wie groß wir werden Oder sollen wir die AD kaufen Ich weiß es nicht man Hoffentlich sterbt ihr jetzt nicht Geht mal Base bitte Wait me Wait me Wait me Oh nein Oh nein Wait me Oh Gott Oh ja schießt So wir gucken mal schnell Wie groß wir werden Ja okay das passt Das ist okay Auf geht's Hier das haben wir jetzt auch fertig Nice Ich kann es aktivieren Ich habe ein Chill bekommen oder Wie viel 150 Damage absorbiert ist 150 Also ich habe irgendwie Mana Oder rechnet ihr das hier raus Wie viel Prozent sind das denn 20 Ne das passt nicht Ich bin da Ich bin da Ich bin da Ja nice Moin Dann bleibt alles Schaden Schaden So Easy Gibt es da nicht So Noob Champ Ja Der hat auch ein paar Kills 24 Stück Wenn man es genau möchte Hier kommt Leute Wir machen jetzt Wir geben jetzt Gas Wir geben jetzt Gas Fridolin Komm her Den holen wir uns jetzt Nein Oh Leute Ich habe ihn Oh fucking Aber ich habe noch Titanic Scheiße Da will ich nicht rein Ist mir doch ein bisschen zu deep Warum Au Ich muss auch schnell eine wave pushen Ich habe eigentlich ganz guten Lifestyle glaube ich Mit meinem Gunblade zusammen Das war knapp Das war knapp Ich brauche halt unbedingt hier 150 absorbiert ist Das ist halt schon nice 20% Ja das ist schon nicht schlecht 80 AP Und 150 So mal gucken wie gut wir uns heilen Na gut also es geht besser Aber es ist nicht ganz verkehrt Für den Bild ist das glaube ich okay So wir pushen jetzt All am mit Topline brauchen wir noch Topline ist auch noch am Leben Aber hier bin ich wieder Ghost Schlitz Schlitz Wir pushen jetzt ganz schnell durch hier Aber Titanic brauchen wir Die dürfen wir nicht benutzen Ich muss jetzt voll auf den Seraphinenstab Da muss ich jetzt voll bauen Oh der hat nicht mehr viel Allerdings ist Mein Team gerade ein bisschen So Ghost ist dran Du kriegst jetzt aufs Maul Alles drauf Ich glaube dafür brauche ich gar nicht Ah mach mal trotzdem Schaffen wir Fridolin Exhaust ist raus Da kriege ich halt gar keinen Schaden von mir Ist das Problem so ein bisschen Und die kommen jetzt wahrscheinlich gleich alle Habe ich das Gefühl Ich habe einen Seraphenstab Kann ich das blocken? Okay Ich könnte Dings machen Cleanser Das bringt mir gerade nichts Dafür kann ich es machen Aber ich glaube ich steppe trotzdem Seraphimstab ist an Okay ich bin tot Scheiße mann Kacke alter Ich kann mir auch nichts mehr kaufen Kaufen wir jetzt das hier Manometer Group mid or we lose Was für mit Top We just need Inhibitors 10-0 Dejure G Ja ich weiß ja Ich weiß 10-0 G Let Le 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 Mi Fromage De Käse Red Buff Buff Nice Jetzt haben wir die Keyperson raus Sehr gut Der Bart ist halt unglaublich tanky Mann Der ist einfach full tank Alter Das fuckt voll hart ab Der ist einfach full tank Der Typ Der geht nicht Ich mach Oh lol Der Teleport Das game Es geht einfach nicht vorbei Mann So Red Pot nochmal rein Was sind das andere hier Ach Magic Ability Power Bonus Raid Und Damage True Damage An Tür Damaging Champion Or Turret Deals 25 True Damage An Champions sogar auch Cool Aber ne Aber ne So wie wärs mit Oh lol Wie wärs mit Elder Drake Wie wärs mit Elder Drake Leute Blubuff wär auch ne Ich brauch den Blubuff Für die AP-Werte Ich hab dann Krieg der mehr AP Außerdem ist Niederleben Missstück Könnt ihr mir mal Meine Buffs lassen Ich hab AP Das skaliert Sorry Why you shoot At it Why Why Ari auf K Ari auf K Sogar Und wir kriegen trotzdem Auf die Fresse Mann Wieso schießt ihr denn da drauf Räutiger Üend Ich krieg hier keine Boofs Why Fragezeichen Ist wahrscheinlich einfach Aber ich glaub in Bronze Gehen Leute wirklich oft AFK Kann sein Ich glaub die sind sich auch gar nicht So über die Konsequenzen bewusst Dass man dafür quasi Sperren kriegt Und sowas Ich glaub in Bronze Und so gehen wirklich oft Leute AFK Also mein Bruder hat letztens Ich glaub der Also er spielt wie Bronze Der letztens Er wurde vom Timo Oder so getilter Und hat dann gesagt Nö kein Bock mehr Ich geh jetzt AFK So nachdem Seraphne ist an Seraphne ist an Und jetzt Ghost ist auch an Oh Mann Ich hab leider keinen Aber ich dodge das irgendwie Oh lol Er macht das nicht mal Oh lol Kein Q Oh lol Oh da kommt Master Jihad Ich hab leider erst jetzt einen Sturm Okay aber ich brauch Stacks Komm jetzt her Wenn du wegläufst Klappt das nicht Okay es tut Ha Nice Okay Ich glaub jetzt haben wir Jetzt haben wir es ziemlich Also wir holen uns jetzt auf jeden Fall Ich mach erstmal die Inhibitoren Das sind wir das safeste Das ist mir Obwohl wir könnten eigentlich vielleicht enden Aber ich mach jetzt trotzdem die Dinger Ja das ist kaputt Das ist mir Oder können wir enden Ich glaub wir können sogar enden Darius kommt gleich Ich mach das Ding jetzt trotzdem kaputt Nicht dass wir gleich dann wieder Ah ok es passt Ja ok es passt Ja puh alter Schwede ey Boah war das zum Ende Nährhin noch nervig Aber Ich kann euch sagen Seraphne ist pretty gut Auf Yasuo und das Gunblade Also Confirmter Und Ghost Ghost war wirklich cool Ja Also Ghost war wirklich cool Das war's mit der Folge Wir gucken mal wie viele Punkte wir kriegen Und es sind 17 Punkte nur Oh lol 17 Punkte haben wir irgendwie Kein S Schade Wir haben A plus bekommen Ja wir gucken Wollt ihr nochmal gucken hier Schaden und so Wir gucken mal Damage Ähm ja Ja in dem Sinne Hau da rein Macht da weiter Tschüss Auf Wiedersehen Not goodbye Bye.